Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich verspielt Left 2 Survivors Apokalypse. Viel Spaß! Okay, da sind wir. Geladen, noch nicht geladen. Für mich ist heute ein Scheißtag. Gestern erfahren, dass mein Kind gestorben ist. Also meine Frau war schwanger und ja, sie war einschwanger. Heute liegt es im Krankenhaus, Kind wird rausgeholt. Deswegen das Spiel passt heute ein bisschen dazu. Heute für mich so eine Art Beerdigung. Wir werden trotzdem heute spielen, um mich ein bisschen abzulenken, probiere ich natürlich wieder die Dailies zu machen. Außer wenn vorher mein Telefon klingelt, dann bin ich weg. Aber ansonsten probiere ich die Dailies hier zu machen. Erstmal hole ich jetzt hier die ganzen roten Punkte ab. Aber bei dem Spiel ist es so, man lädt sich das Spiel runter und dann, wenn man was öffnet, wie eine Kampagne oder sowas, lädt er das dann noch dazu runter. Ja. Optimieren. Rache. Abgelaufen. Rache. BVP. Überfall. Okay. Gegner finden. Brauche ich nicht. Aufwerten. Werten wir das mal auf. Ich kann nur eins aufwerten, oder? Oh ne, alles. Das ist schon nice. Und hier auch. Die habe ich drinne. Die kosten Gold. Die kosten Geld. Gold. Geld. Gold. Geld. Die ist noch nicht freigeschaltet. Aber. Den könnte man nehmen. Springen wir gleich auf R3. Das ist ja auch ein R3. Nicht so besser. Feuerrate. Pro Schuss. 3,1%. Schaden. 55. Schaden. 900. Nachleitzzeit. 7 Sekunden. Rache. Minutes. Okay. Stärke ist maximal 3.087. Dann nehme ich doch die andere. 2.800. Und die 3.180. Bei der ist 1.300. Kommt. Wir kaufen die für Geld. Abholen. Und werten die gleich mal auf. Oh, das ist aber teuer hier. Oh, Schrott fällt mir hier. Muss ich später nochmal machen. Gut. Dann haben wir jetzt unseren Helikopter ausgerichtet. Warte mal. Habe ich jetzt gerade das Falsche gemacht. Hier. Das hier, ne. Ach Mensch. Ich habe doch gerade hier den 2 aufgewertet. Oder im Besitz. Die? Ne. Die habe ich aufgewertet, ne. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Kommt. Dann kaufen wir den auch noch. Abholen. 3.3. Und aufwerten. Da geht jetzt gar nichts. Ich habe nur noch 7 mal Schrott. Gut. Dann haben wir den fertig. Zum Shop gehen. Sturmgewehr. Neuer. Neuer Gegenstand. Kann ich benutzen. Kann ich benutzen. Ich bin noch so klein. Okay. Die Weihnachtspistole könnte ich nehmen. Habe ich gesehen. Die kann ich auch tragen. Das ist R5 bis R7. Sehr gut. Ich habe glaube ich R2 war das. Das habe ich angelegt. R2 bis R3. Da ist sie. Ja. R2 bis R3. Die kann ich nicht kaufen. Muss ich suchen. Ha. Ah. Da geht es wieder los. Schöne neue Waffen. Aber so weit bin ich noch nicht. Und da nochmal. Ich bin in da. Ich bin in da. Okay. Der ist ausgewählt. Den habe ich. auch gut. Ich bin in da. Ich bin in da. Ich bin in da. Ich bin in da. Und das ist doch von PUBG. Oder wie ist das? Andere. Aber mal kurz gucken. die Sachen, die ich in Besitz habe. Der ist besser. Okay, der ist in dem E-Mail besser. Warte mal, mehr Gesundheit. 13, 14. Streuradius minus 12%. Also, bessere Treffsicherheit. Plus 14, 10, 14. Dann lasse ich meinen Trinner. Der ist besser. wette mal auf. Okay. Haben wir aufgewertet. Stufe 2. Schau mal die Rucksäcke an. Oder die Sachen. Schon lange nicht mehr gespielt, das Spiel. Es ist aber viel Neues dazu gekommen. Was habe ich hier im Besitz? Einmal den. Der ist 11. Und minus 9. 28. Und 11. Abklingst du mit der Granate? Also, ich glaube, der ist besser. Also, hier, der hat auf jeden Fall mehr Gesundheit. Aber, dafür denn und abklingst du halt mit den Granaten weniger, ne? Ich weiß nicht, wie es bei dem wird, wenn ich den aufwerten würde. Auf 34. Wenn ich den aufwerte, dann ist er 14. Und der ist schon auf 3. Deswegen ist der wahrscheinlich so hoch mit den Dingens. Wir bleiben bei den hier. Aufwerten. So, 14. Der nächste Aufwertung wäre dann auf 16. Wenn oder 8. Lehnunterschied. Passt schon. Also, wenn ich den Dingenschehen würde, wenn ich den Dingenschehen würde. So, da haben wir 16,5,5, wenn ich den aufhärte, sind die noch die besser, sind das bei uns die gleichen, die heißen auf jeden Fall beide gleich. Ah, geht nur gesund an mir, also sind die gleichen, gut. Da haben wir Plusseel, Jürgen, Torwanskes, ist auch cool. Aber ich mache erst mal weniger Streuradius, bis zur Treffsicherheit halt, ihr wisst schon. Oh, so ähnlich ein Schuh habe ich. Den noch am Bild. Ja. Ach, da habe ich nur das. Gut. Aufwerten. Geht nix. Ah, aufleveln. Gleich bin ich Level 10. Und Level 10. Soll ich mir die aufheben, oder die alle reinsetzen? Ich hebe mir die erstmal auf. Level 10 ist ja schon gut. PvP-Job. Was haben wir hier? Ich habe 511. Oh, Schrott. Ich brauche Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. 25 mal kaufen. In Shop 100. Du besitzt 7. 25 kaufen. Jetzt habe ich 25 mehr, oder? Jawohl. Das ist richtig wichtig für meinen Helikopter. Dann butter ich jetzt erstmal alles hier in Helikopter rein. Die anderen sagen, kann ich mir das sowieso nicht leisten, außer Granate. Aber Helikopter ist wichtiger. Mein Hübschrauber. Hat gleich nicht hier gerade schon mal gewesen, mein Hübschrauber. Oh, das ist eine Extra-Waffe. Das weiß ich gar nicht. Doch, Extra-Waffe, ne? Ne. Das ist das Gleiche. So, wir waren von, bei denen hier waren, aufwerten. Null. Aufwerten. Den. Aufwerten. Den. Aufwerten. So, jetzt haben wir alles erstmal am Aufwerten. Das dauert natürlich eine Stunde, bis das fertig ist. Aber es sollte uns ja nicht stören. Das ist auch alles am Aufwerten. Ne, der nicht. Okay. Aufwerten. Jetzt. Okay. Kiste. Wir öffnen mal alle Kisten hier. Schön. Hier fehlt uns ein einziger, damit ich alle 10 öffnen kann. Ein bisschen ärgerlich. Hier kann ich gar nicht alle 10 öffnen. Hier muss ich alle 1 hin öffnen. Upsa. Ach, schon wieder. Mensch, ist ja alles verschwommen. Gut, 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 gut. Quist abgeschlossen. Das sind zwei Stück. Nice. Okay. Hey, Kiste, was ist denn da jetzt noch? Also scheint das Video zu sein, ja. Okay, dann machen wir jetzt so folgendes, ich habe hier 1, 2, 3, der fehlt noch, ja, genau, und hier habe ich auch, 1, 2, 3, Rot, Gelb, Blau, dann fehlt der noch, oh, ich benötige Gold. Oh, der hat so traurig und Gold gekostet, oh, war ja, den habe ich gebaut, dann baue ich jetzt den hier, okay, was muss ich noch machen hier, das war's. Was habe ich hier noch, weiteres, ach, Mischspiele, brauche ich ja nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Da würde ich mal sagen, gehen wir einmal in eine Kampagne rein, hier gibt es ja anscheinend keine Dailies. Okay, abbrechen, 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 okay. Grün heißt ja leichte, Waffe kann ich wechseln, ich habe doch gerade eine Vierer gewonnen, die habe ich gewonnen. Die habe ich noch nicht, aber die habe ich halt. Wer macht Mischhack, 690 Stärke, 1.100 Tag, 85, den musst du doch kaufen, hä? Aufwärten, 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 ja. Sogar die ist besser, wie die. Du hast du Geld. Ah. Habe ich, ich habe doch vorhin eine Waffe gewonnen. Mensch, wo ist denn die hin? Überlauf 3. Ah, vielleicht hier. Das war die hier. Die habe ich gewonnen. R4, R3. Ja, genau. Gut. Die wurde sofort aufgewertet. Ohne Wartezeit. Da würde ich mal sagen, wir benutzen die. Schon nochmal hier kurz nach. Ne, da ist nichts mehr. Da habe ich das Beste, was ich haben kann zur Zeit. Aber die können wir auch noch aufwärten. Hm. Gut. Dann gehen wir mal in den Kampf. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen, wie das war. Ich glaube, ich muss gleich auf 1 drücken, damit ich in der Waffenposition bin. Laufen war nicht. 1, 2, 3 benutzen. Ah. Ah. Okay. Ich hoffe, das ist gut. Hätte vielleicht ein bisschen mehr Munition drin sein können. Aber sonst passt es. So, 1 auf 1 wieder drücken. Fortfahren. Geht's weiter. Gelb. Gelb. Start. Einmal Scharfschützen-Mission. Danach möchte ich nochmal Helikopter probieren. Helikopter. Du, 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 du. Okay. Batsch. 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 2 mit 1 Schuss. 1. Ei, 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 ei. F1. Es gibt ja so manche Spiele, da geht der Feinds automatisch rein, in beiden Spiele leider nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Quest abgeschlossen, schön. Ah ok, hier kann man Sachen finden, da Schrott. Schrott brauche ich ja jetzt erst mal gar nicht mehr, was brauche ich denn jetzt, ich glaube jetzt machst du Geld, keine Ahnung, genug Schrott, der baut da noch ein Tagebuch. Fortschritts-Quest, das ist halt immer die Quest, die du machen musst, ne. Saison-Quest ist nicht für den Tag, für die ganze Saison. Saison endet in 26 Tagen. Ja, jetzt noch eine Helikopter-Quest machen. Also, warte mal, wir machen Basisangriff, ja, für einen Feind. Schauen wie das nun mal war. Lagerlimit begrenzt, so, mein Land ist voll, trotzdem starten. Ich möchte ja nur einmal gucken, wie das war. So, sonst können wir noch einmal PvP spielen. F1 drücken. Was? Da lädt sich wieder auf. Die Blasen. Okay, der lädt immer wieder auf, da muss der als erstes weg. Das ist also Helikopter. Helikopter habe ich verloren. Dann kommt jetzt dran, PvP. PvP machen wir ein Zweier-Team, 2 gegen 2. Ach, auch noch viel runterladen. Und da sind wir wieder. Wir können ja machen 1 gegen 1 oder 2 gegen 2. Ich spiele mal lieber 2 gegen 2. Weil, wenn ich Scheiße spiele, spielt vielleicht der andere besser. Oder wenn der andere Scheiße spielt, spiele ich vielleicht besser. Mal schauen. Genau. Gesundheit. Dankeschön. Okay, es geht los, es geht los, es geht los. Go, go, go. Ja, es geht nicht los. Er sucht nach Spielern. Oh, ich habe welche gefunden. Gleich als erstes auf 1. Ich glaube, die schmeißen am Anfang gleich eine Granate. Ob wohin? Ich bin hier 313. Ich bin der Schwächste von allen. Dafür ist meiner Stärker. Also mein Kumpane. Bright, bright, bright. Der hat ein schlechtes Internet, das ist gut. Der ist auch noch nicht ausgerüstet. Das ist auch gut. Ah, das war cool. Das war cool. Wie duckt man sich normal. nachladen ah Zwei Granate. Guck mal da hoch, welcher Knopf ist das? Der hat gar keinen Knopf. 7 zu 4. Haha, voll erwischt. Hm, ich hätte den gerade noch so weg. Hm, nice. Ich sag mal, ich war nicht schlecht, oder? Wie viele Punkte habe ich denn gemacht? Steht das hier irgendwo? Ne, leider nicht. Okay, alles fertig. Dann kann ich noch ein paar Sachen hier aufwerten. Eine Gratiskiste ist zur Verfügung. Hier bräuchte ich den dann nochmal. Da fehlt mir das Gold für. Lass mich erst mal aufwerten. Tagebuch, eine Quest wieder fertig. Quest abholen. Ah, hier sind zwei tägliche Queste noch. Koffer etwas aus Toms Lade. Und Basisüberfall abschließen. Ah, das heißt also einmal gewinnen, ein Basisüberfall. Also zwei Dailies habe ich hier noch. Ach, hier sind ja noch mehr. Täglich, täglich. Okay, jetzt ist es aber zu spät. Ich werde mal sagen, das war es für heute. Ich beende jetzt das Spiel. Hol mir mein Ticket ab. Und dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber längst mal dabei seid. Bis gleich, mit euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.